Dann raubt man mich auch noch mal. Jetzt kann man laufen, weil ich hörte, dass Frau Hain Rauch noch eine und dann ist es echt drin. Ich hörte mir da oben so ein Seil, wo so ein Ball runterhängt, der so automatisch so auf und ab auf dem Seil geht.